Wir gehen in die Neun hinein, verstehst du? Und gönnen uns hart, Deferen. Was? Ja! Nein, Caro, bitte nicht. Bitte? Nein. Volle Gönnen! Nein, hör jetzt auf. Du findest mich nicht. Du findest dich nicht. Nein. Richtig. Nein. Nee. Oh ja. Ja. Oh ja. Hallo. Hallo. Oh Gott. Hallo. Nein, geh weg. Nein, ich bin an. William. Oh je. Fall bloß nicht da rein. Hallo. William, nein. William, nein. Hahaha. Huhu. Hui. William. Ja. Hab dich. Nein, hast du gar nicht. Klar. Hast du nicht. Du bist gerade zweimal hängen geblieben. Hast du nicht. William, bleib stehen. Das stimmt gar nicht. William. Ja. Wo bist du denn? Geh da weg. Geh da weg. Geh da weg. Oh Gott. Hier steck ich fest. Ja. Oh Gott. Bleib stecken. Oh Gott. Nein. Bitte stecken bleiben. Nein, 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 nein. Komm schon. Nein, 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 nein. Wo bist du denn hin? Nein, nein. Oh Gott sei Dank. Habt ihr verloren. Willkommen zu Defran. Nein, 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 warte. Du musst irgendwas mit Schwubbelups machen. Schwubbeltastische Begrüßungsgrüße. Zu Defran. Von Rockkartoffel. Mit Caro. Das war hervorragend. Und dann wird auch von mir einer so löchelt. Und dann hat sie hier gekommen, meine Freundin. Wut geht? Wir sind mit Caro unterwegs in Defrun. Ja, klar. Ja, nicht ja klar. Das ist nicht selbstverständlich. Ich hab mich zurückge... Wie, du hast dich zurückge... Ich hab diesen ein Ding genommen. Die sind ein Block. Ja. Ach so, dann hast du dich zurück... Ja. Au. Aber warum? Warum? Warum wurde ich gerade zurückgesetzt? Weiß nicht. Ist das gemein? Ist das so gemein? Warum? Was war denn? Jetzt wird der... Späden, der vorne gewinnen, oder was? Nicht bei den Grünen. Oh. Ja, der, 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 die... Die haben mich einfach zurückgesetzt. In meiner Aufnahme sieht man das. Was? Ja! Einfach zurückgesetzt beim Hufspringen. Nö, da gehst du jetzt nicht lang. Nee, ich bin gerade gestorben. Nee, nee, nee. Das meint, ist viel schlimmer. Was? Ich hatte ja noch Aussichten auf den Sieg. Du ja nicht. Au. Du gemein von dir. So? Nein. Super. Oh nein, bin ich kacke. Oh nein. Was ist denn? Ich bin fast runtergefallen. Ja. Stay in the life. Oh Gott, wie vieler bin ich? Zweiter! Stay in the life. Wo bist du, Caro? Ich weiß nicht. Karotchen, wo sind sie denn? Da sind sie. Hallo. Hallo. Also, Caro, du hast überhaupt keine Schwierigkeiten, habe ich das Gefühl. Wenn du jetzt nicht irgendwie doof bist und von alleine runterfällst, dann da ist niemand. Da ist absolut... Oh Gott, war das knapp. Holy Schüssel. Also, ich habe nicht dran geklappt. Das ist das letzte Modul, Caro. Ja, ich renne. Renn. Ich renne schneller. Renn. Oh, jetzt durch. Einfach durch. Oh Gott. Ich will nicht durch. Durch. Und entwisten. Booster, die Kipps. Ah! Wo wurde gefallen? Oh, die Zeit. Ich habe gesagt, dass du boosten sollst. Mit Boost wäre ich nicht reingekommen. Oh, guck mal, das Ginger Girl. Ne, ich drehe mich weg. Ich drehe mich weg. Nein, jetzt drehe ich mich zu Caro. Hallo. Nein. Hallo. Ich habe dich noch gesehen. Ja! Okay. Direkt in die nächste Runde, Caro. Keine Affen. Hier, Booting. Hier, Booting. 19. Willy hat einen geilen Booting. Was? Was? Was zur Hölle? Hat Janine gesagt. Was? Das hat Janine? Mach mich nicht an. Ganz verlegen gelächelt. Wer? Sassi? Ja. Oh. Oh. Lassen wir bitte die anderen Leute aus dem Spiel. Danke. Janine ist bei uns. Janine ist auch bei uns. Och nee, was macht denn Jana schon wieder hier? Oh, Jana geht zum Hüpf-Point. Was? Oh, Hüpf. Ja, Hüpf. 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 Jana ist schon da? Ja, Jana ist schon da. Oh ja, da ist sie. Und sie ruft mich. Ja. Und sie, 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 sie hüpfst schon. Hüpf. Warum hüpfen wir alle auf dem Silber? Hüpf. Hüpf. Jana ist runtergefallen, die olle Stute. Ja, nur weil Jana mich am Fuß gezogen hat. Hüpf. Ich spring ja auch doppelt so schnell wie ihr. Ja, weil wir uns Zeit lassen. Wir gönnen uns. Ja, niemand lässt sich ihr Zeit. Caro, wie machst du immer, wenn sie dich räusperst? Hüpf. Oh Mann. Hallo. Oh, Sassi. Oh Gott, Jana ist außen. Oh je. Warum hat sie ja nicht immer das Glück, in der Ausnahme auch noch außen zu sein? Was macht Sassi eigentlich hier? Ah, Sassi. Nein, Caro. Du bist klein. Ja, danke. Du bist voll klein. Danke für diese Bemerkung. Hä, warte mal, du bist echt voll klein. Bin ich bei dir auch so klein? Nein. Du bist viel kleiner als ich. Du bist viel kleiner als der hier beispielsweise. Warum? Weiß ich nicht, das ist mega cool. Bin ich ein Baby? Stell dich mal neben den, bitte. Was denn? Wieso ist der so riesig? Was denn? Du bist doch. Nee, jetzt bist du ungefähr gleich groß. Ja, siehste. Hä? Nein, das ist keine Einbildung gewesen. Das war Bildung. Was? Ja. Wie hat er nur wartet? Nein. Oh, das ist ein Stück. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Okay. Perfekt. Hast du's geschafft? Ja. Cool gesagt. Aber nicht weit. Dude. Da rein. Nein! Oh, was soll die Kacke? Und da rein. Perfekt. Hab ich. Was ist das? Hä? 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 Wer ist denn Michel? Wer ist denn? Frag mich auch gerade. Ich find das super, dass der da vorne alles auslöst und ich deswegen nicht mehr von Jana behelligt werden kann. Cool. Aber ich glaub, Jana ist sowieso nicht so ultra hinter mir. Oh Gott. Oder helle. Haha. Jana ist weg. Gut. 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 Oh je. Es ist aber eine schwierige. Und da rein. Perfekt. Ist schon jemand drin? Hat schon jemand gewonnen? Nein. Wenn nicht, hab ich nämlich gewonnen. Ja! Herz ist weg. Hahaha. Ui. Hahaha. Hahaha. Und Jana konnte mich nicht aufhalten. Hahaha. Bist du Zweiter? Nein! Ich bin runtergefahren. Nein! Oh nein. Oh. Caro, jetzt schnell. Jawoll! Und hüpf. Oh. Und jetzt die ganze Zeit einfach nur im Kreis. Außer zum Schluss. Aha. Genau. Und nochmal. Aha. Und nochmal. Aha. Und nochmal. Kannst du auch für das Geräusch dabei zu machen, bitte? Aha. Aha. Caro, machst du sehr schön. Jetzt musst du in die Mitte. Aha. Und jetzt. Oh je. Und jetzt eins weiter. Du stehst perfekt, Caro. Oh, oh, oh. 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 Und spusten. Busten. Ja! Du bist siebter! Ui. Ja! Ui. Ja! Ui. Ja! Hallo! Hallo! Oh. Jana war kacke. X-D. Satan ist weg. Okay, guck mal. Rock hat auch Platte Hex. Charlene, ich hasse dich. Gut, nächste Runde. 20. Mach du das, du kannst das viel besser. Guck mal, Julie ist auch da. Gestrandetes Fischlein. Oh Gott, sie rastet vollkommen aus. Ich bin gestrandet. Wie? Bist du dann gestorben? Oder was war das gerade? Nee, ich bin gewabbelt. Fische wabbeln auch an Land. Fische wabbeln, ja, 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 ja. An Land? Fische wabbeln an Land. Ja, 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 ja. Ich hasse, dass das hier so komisch hochgeht. Das ist doch kacke. Tja, dann musst du wohl mit leben. Oh, ich bin gestorben. So auf? Nee. Oh je. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, ich war eigentlich schon durch. Aber? Jetzt kommt wieder diese Kack... Kotze. Kackkotze. So eine Kackkotze. Das war echt so, ey. Ja, der hat mich getötet. Muss er? Ja, aber ich war eigentlich ja schon durch. Deswegen war das unrechtmäßige Tötung. Gar nicht. Eigentlich kann ich ihn dafür anklagen schon. Doch, eigentlich kann ich das. Nein. Doch, ich möchte das. Du darfst aber nicht. Ich möchte das aber. Darfst du nicht. Och Mann, Caro. Ja? Ich möchte das. Ja, darfst du aber nicht. Sei doch einmal auf meiner Seite. Nee. Doch. Oh. Bitte. Nuh-uh. Anklagen. Nein. Anklageberechtigung. Ah, William, hab dich eingeholt. Hopp. Hopp. Another one. Bytes. The hopp. Ich bin drin. Als dritter. Oh nein. Boah, mir hat sie das Glasteil runtergemacht. Oh nein. Das war gemein. Und es war so knapp vor Janine. In Achter. Ha. 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 Nub, 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 nub. Rocket of Blacks. Ja. Nee, 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 nee. So fangen wir gar nicht erst an. Ha. Ich hab euch einfach nur knallhart fertig gemacht und ihr wollt euch das nicht eingestehen. Hm. Ja, ja. So ist das halt. Schön, dass ich so einen tollen Boost hatte. Und Jana schafft es einfach nicht. Jana ist einfach zu doof dafür. Jana zu gucken. Jana. Wo hast du dich denn gerade gerufen? Oh, ho, 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 ho. Oh, schade. Oh, guck mal, Julie ist das erste. Ja, ich hab sie ja auch nicht gekriegt. Hörst du bitte auf, sie anzuhimmeln und himmelst lieber mich an? Ah, Stäbchen. Oh. Gutes Stäbchen. Ja. Ah. Sehr, sehr gutes Stäbchen. Janine, sag nur, wo du bist. Hallo. Hallo Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh je. Oh je. Nein. Oh Gott. Hallo. Gehst du bitte weg? Hallo. Oh je. Hallo. Oh je. Oh Gott sei Dank. Ich hab dich schon dreimal erwischt. Nein, hast du gar nicht. Natürlich. Nicht einmal. Ich habe dich nicht gespürt. Doch. Doch. Nein. Doch. Nein. Haha. Oh. Oh Mann. Nein. Ginger Girl. Sen. Und Sassi. Und Gigi. Nein, Ginger Girl, guck mal da außen. Ja, aber Sassi ist auch da. Ja, aber Ginger Girl ist da außen. Oh nein. Oh nein. Nein. Caro. Ja. Wir werden sterben. Geil. Elendig. Geil. Mit Nougat. Köstlich. Nicht nur geil, sondern auch köstlich. Köstlich geil. Die neuen Kartoffeln. Jetzt von Ehrmann. Keiner macht mich mehr an als Caro. Sponsor. Das gibt kein Geld, Leute. Money. Steh. Und steh. Und ab. Oh Junge. Wie du wieder aussiehst. Löcher in der Hose. Löcher in der Hose. Und ständig dieser Lärm. Was wollen die Nachbarn sagen? Das hier nutzt ihren Boost voll D nicht. Oh Gott. Okay. Okay. Ui. Sassi nutzt ihren Boost dämlich. Cool. Und ich bin dämlich. Ich bin tot. Stäbchen hüpfen in dein Gesicht. Gott sei Dank. Was? Warum Gott sei Dank? Weiß ich noch nicht. Oh Gott war das knapp. Ne. Ne. Find' ich. Südlich. Och nö. Boah wie unfair das ist. Ja, dass die alle so kacke sind. Weißt du? Nein. Das geht einfach nicht. Bisschen? Au. Ne. Nicht mal ein bisschen. Nice, danke dafür. Oh nein, ich hab verkackt. Wie bin ich denn hier runtergefallen? Weiß ich nicht. Verrat's mir. Da kann man eigentlich nicht runterfallen. Natürlich kann man da runterfallen. Nee, nicht bei dem Lichterding. Nein, wieso bin ich da denn runtergefallen? Siehste. Boah, ich hoffe, sie kümmert sich weiterhin um den Ersten, dass ich noch eine Chance habe, um das rumzureißen. Das war gerade echt dumm von mir. Los. Ich hoffe, sie kümmert sich darum. Um Unterhosen für Mäschweinchen. Ja, weißt du, sie steht hier und lässt den anderen Typen einfach durchrennen. Wie unnötig das einfach ist. Mann, weißt du, und dann kriegen sie es nicht mal hin, irgendwie jemanden aufzuhalten. Das ist das, was mich so übel aufregt. Ja. Merk schon. Sie haben nicht mal mich aufgehalten. Sie hat ja die ganze Zeit da gestanden und hat mich nicht mehr aufhalten können. Ja. Weil ich einfach viel zu gut für sie bin. Ja. Ich bin Dritter. Mann. Ja. Wo ist denn Caro? Caro, Karöttchen. Ich stecke fest. Renn, Caro. Ich stecke. Du alte Rennsemmel. Jetzt schnell spring. Oh Gott. Du bist drin. Wie viel da bist du? Vierter. Du bist ein Platz hinter mir. Ah ja. Caro ist die Beste. Das ist nur siebte. Ja, ne? Sie kann aber nichts. Ja. Nichts ist da, was sie kann. Ja, ja. Ja. So ist es halt. Leben ist hart. Typisch. Gut. Dann würde ich aber mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar oder eine Bewertung da. Aber ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und die Caro sagt jetzt Tschüss. Ciao.